Heute dreht sich alles rund um das Thema Tennisübungen für zwei Spieler. Ihr seht es im Hintergrund, Timo und Gero schlagen sich schon mal ein und es soll heute darum gehen, was könnt ihr machen, wenn ihr mit eurem Teammate, wenn ihr mit eurem Partner spielt, wenn ihr euch verabredet. Spielt ihr dann eigentlich nur Match oder gibt es auch, ich sag mal, zielgerichtetere Übungen? Darum soll es heute gehen, Timo und ich zeigen euch das und viel Spaß bei meinem neuen Video. Wir starten mit Übung 1, den Rhythmus aus der Ecke, ich verteile mit der Vorhand. Gero wird mir zweimal in meine Vorhandecke zurückspielen und ich verteile aus der Vorhand, gehe immer wieder zurück zur Mitte. Dann spielt er einmal Rückhand Longline, danach wird er wieder zweimal Vorhand Cross spielen und ich übe aus der Vorhandecke mit Rückwärtslaufposition den Ball zu verteilen. Und das Ganze geht auf Rhythmus, viel Spaß dabei. Die Übung 2 ist Rhythmus, ich spiele den Ball Cross, Cross zurück, ich spiele nochmal Cross, also in die Ecke, dann spiele ich Longline, Gero wird immer Cross spielen, den ersten Ball spiele ich Cross zurück. Jetzt spiele ich meinen zweiten Schlag, spiele ich Longline, Gero spielt immer Cross, ich spiele einmal Cross, Nächste Ball Longline. Wir versuchen das auf Rhythmus und der Ball bleibt im Spiel. Viel Spaß dabei und die Positionen kann man dann natürlich auch wechseln. Dass einmal nur Cross gespielt wird, einmal Cross Longline. Die erste Übung ist ein absoluter Evergreen, Hosenträger kennt ihr mit Sicherheit, habe ich auch schon ein Video zugemacht, ich verlinke euch oben in der Infokarte. Wir spielen es jetzt erstmal mit Timo. Ich bin Cross-Spieler, Timo ist Longline-Spieler und jetzt gehen wir erstmal auf Rhythmus, versuchen hier den Ball gut zu halten. Das ist relativ klar, Timo muss jetzt mehr laufen, weil er auf der Cross-Seite ist, deswegen muss man gucken, dass man nicht zu schnell spielt. Ja, klappt wunderbar. Das Ganze natürlich geht auch umgedreht. Und jetzt zeige ich euch eine schöne Spielform, die ihr dann im Training machen könnt, wo ihr dann auch Punkte ausspielen könnt. Und zwar nennt sich das der Drei-Punkte-Hosenträger. Wir spielen drei Punkte aus. In der ersten Runde spielst du Longline, ich Cross und wir spielen jetzt den Punkt aus und müssen immer im Hosenträger bleiben. Ja, schlecht von mir, schlecht von mir, direkt Risiko gegangen. Und jetzt spielen wir den zweiten Punkt. Zweiten Punkt. Timo hat die Aufgabe jetzt Cross zu spielen, ich Longline. Steht 1-0 für Timo. Okay, Timo längeren Atem gehabt, sehr gut. Jetzt steht es 2-0 für ihn und es gibt keinen Entscheidungspunkt. Hätte ich den Punkt gemacht, zeigen wir jetzt auch nochmal. Also wenn ich den Punkt gemacht hätte, stand es 1-1. Und jetzt spielen wir einen Hosenträger und der fünfte Ball ist entscheidend. Ja, dann geht es los. So. 2, 3, 4 und jetzt ist frei. Komplett frei. Okay, Timo war nicht eingeweiht, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Viel Spaß beim Nachspielen. In der nächsten Übung spiele ich immer abwechselnd einmal Rückhand, Cross, einmal Vorhand, Inside Out. Der Gero wird nur Rückhand spielen und sich immer zur Rückhand, zur Mitte bewegen. Das heißt, auch da Bewegung und Rhythmus, dass ich beide Schläge übe. Den nächsten Ball spiele ich Inside Out. Wenn es mal ein anderer Schlag ist, ist es nicht schlimm, aber versucht, dass ihr den Abstand habt. Auch da viel Spaß. Gefällt dir mein Video? Dann schau in die Videobeschreibung. Dort erfährst du, wie du mich unterstützen kannst. Weiter geht's. So, auch die nächste Übung geht auf Rhythmus und die spielt jetzt der Chris mit dem Timo. Das heißt, ich nehme euch jetzt hier einfach mal mit. So, und Chris hat die Aufgabe, hier vorne Rückhand-Topspin zu spielen. Timo hat die Aufgabe, Rückhand-Slice zu spielen. Ja, und der Ball wird gehalten und ihr versucht es, so lange, wie es geht, zu halten. So, jetzt wechseln wir mal. Ja, Timo spielt. Topspin, genau. Das könnt ihr wunderbar dann zusammen machen. Ja. So, und jetzt als Variation. Timo gibt immer vor, ob er Slice oder Topspin spielt und Amendo, Chris, antwortet genau das Gleiche. Wenn du Topspin spielst, gehst du Topspin. Wenn du Slice spielst, Timo, dann Slice zurück. Genau, prima Rhythmusübung. Gerade zum Eingewöhnen in die Halle, immer auch wichtig, ja, weil die Bälle gerade jetzt hier beim Slice schnell werden, im Gegensatz zum Sand. Und so, das könnt ihr wunderbar machen. Jetzt eine Variation. Der Chris spielt bitte irgendwann einen Rückhand-Slice Longline und dann ist der Punkt frei. So, das ist dann für die Leute, die dann auch gerne matchen wollen. Und jetzt entsteht ein Spiel. Und Schwiener. Okay. Ja, könnt ihr so wunderbar machen. Kombination aus Rhythmus und eben freiem Spiel. Viel Spaß beim Ausprobieren. So, bei der nächsten Übung geht es darum, den Ball früh zu nehmen. Wir stehen im Feld, hier im dunkelblauen Bereich und versuchen die Bälle im Feld zu nehmen. Rhythmus den Ball früh nehmen, im Steigen nehmen und zur Not auch mal ein Volley spielen. Aber ich darf nicht nach hinten raus. So, die nächste Übung auch wieder erstmal auf Rhythmus. Und dann allerdings wird wieder matcht gespielt, ja. Die beiden Spieler jetzt hier, Chris und Gerus, sollen den Ball im Doppelkorridor halten. Das ist gar nicht mal so einfach. Sieht immer, oder klingt einfacher als es ist. Und versuchen jetzt hier erstmal zu halten. Als Variation könnte man jetzt machen, dass die beiden immer abwechselnd Vorhand-Rückhand spielen sollen. Das heißt, Chris spielt gerade eine Vorhand und muss den nächsten Ball Rückhand spielen. Genau. Ja, also jetzt Rückhand so und den nächsten musst du Vorhand spielen, egal wie er kommt. Genau. So, den nächsten musst du wieder Rückhand spielen, egal wie er kommt, ja. So müssen sich die Spieler auch immer rumbewegen um den Ball. Und dann habt ihr hier eine wunderbare Übung. So, einmal kurz anhalten. Jetzt zeige ich, was ihr machen könnt zum Ausspielen. Hier wird jetzt gleich ausgespielt im Doppelkorridor. Wenn dreimal getroffen wurde, wird ein Ball, ein zweiter gespielt und dann wird der Punkt ausgespielt. Wir zeigen euch, wie es geht. Ich gehe dann raus. Chris fängt an. Anspielt, so und wir zählen eure Treffer. Aber Anspiel zählt noch nicht mit. Eins. Zwei. Drei. Jetzt spielt Chris ein zweiter und der Punkt wird ausgespielt. Jetzt komplett im Freien. Genau. Sehr gut. Ja. Auch hier wieder eine schöne Kombination aus Rhythmus und anschließenden Ausspielen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bei der nächsten Übung geht es Cross los. Das heißt, wir beginnen in einem Cross-Duell. Der Chris darf nur Cross spielen. Gero darf ab dem zweiten Ball Longline. Dann ist das ganze Feld offen. Wir schauen es uns an. Cross beginnen. Solange es Cross geht, bleibt es Cross. 1-0 für Gero. Der erste Ball muss von Gero Cross zurück. Und jetzt hat er die Möglichkeit, jederzeit Longline zu spielen oder er bleibt im Cross-Duell. Jetzt wird der Punkt ausgespielt, da er einmal Longline war. 2-0. Gut. Die nächste Übung ist ein klassischer Elfer. Wir starten aber Cross. Das heißt, der Anspieler sucht sich aus, in welche Richtung er anspielt. Der erste Ball muss Cross retourniert werden. Dann geht es los. So, wir gucken mal. Der Chris beginnt, spielt Cross an. Cross return und jetzt offen. Ganze Feld frei. Punkt wird ausgespielt. So kann man... Ja, 1-0 für Chris. Jetzt kann er den nächsten Ball wieder anspielen. Darf aber in Vorhand oder Rückhand anspielen. Auch etwas zügiger und der Return muss Cross gespielt werden. Anspiel kann man nach dem Satz wechseln oder man kann es auch immer abwechselnd machen. Wichtig ist, wir beginnen Cross wie beim normalen Tennis-Match auch. Viel Spaß. Die nächste Übung ist sehr interessant. Heißt Wechsel und Spiel. Es geht immer los, Vorhand Cross. Wir zeigen es jetzt hier immer mal Chris und Gero. Und der Chris hat jetzt die Aufgabe immer Wechsel zu sagen oder Gero kann Wechsel sagen. Genau. Jetzt hat er Wechsel gesagt. Das heißt, er geht in die Cross und die beiden halten jetzt Vorhand Cross den Ball. Bis wieder der nächste Wechsel sagt. Jetzt hat Chris wieder Wechsel gesagt und es wird wieder Longline jetzt gespielt. So, wichtig ist, Gero kann auch Wechsel sagen. Dann ist eben Chris auch immer gefordert. Und das Ganze kann man eben jetzt auch noch neu, beziehungsweise neu, sondern ergänzen als Ausspielübung. Nämlich, wenn man Spiel sagt. So, jetzt war wieder Wechsel und jetzt kann jemand Spiel sagen. Wieder Wechsel. Spiel, einmal Long, ja genau. Und spielen. Go. Genau. Und dann ist der Punkt frei und wir haben wieder eine Kombination aus einer Rhythmusübung und eben einer Ausspielübung. Viel Spaß beim Ausprobieren. Das waren unsere Übungen für zwei Spieler. Ja, probiert es mal aus. Nicht immer nur matchen, auf den Platz gehen, zwei Minuten einspielen und dann direkt anfangen, sondern probiert mal solche Übungen aus. Bringt in der Regel viel mehr. Ihr kommt ins Schwitzen und habt weniger Pausen und macht auch mehr Schläge. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Schreibt es mir in die Comments. Wenn euch eine Übung einfällt, eine ergänzende Übung, lasst es mich auch wissen. Ansonsten schaut euch mal die Videos an, die ich euch jetzt hier einblende. Es gibt viel zu entdecken auf meinem Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Timo, beziehungsweise Martin und Timo. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, wie das so? Ich kann es nicht. Das lassen wir jetzt drin. Ne, ich habe gar nicht ins Mikrofon gesehen. So, die nächste Übung. So, fangen wir da so. Die nächste Übung heißt Wechsel und Spiel. So, die nächste Übung ist sehr interessant. Heißt Wechsel. Warst du? Ach so. Hä? Hast du wieder so gemacht? So, die Übungsergänzung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Timo, vielen Dank. Ja. Bye, bye. Ich weiß nicht, was du mal mehr Wort gesagt hast. Ich dachte, du redest jetzt zur Hände und ich grinse nur so ein bisschen. Aber ich war es nicht. Machen wir nochmal. Das waren unsere Übungen zum Thema. Jetzt nochmal nochmal. Ja. Ja.